Für den Berliner Eiskunstlauf-Nachwuchs ist der Strauß-Pokal vom SC Berlin ein fester Termin im Turnierkalender. Hier können die Kleinsten zeigen, was sie auf dem Eis schon alles können. Und das ist nicht gerade wenig, wie SCB-Trainer Jürgen Bertko weiß. Bei der AK11 müssten die Läuferinnen und Läufer schon alle Doppelsprünge beherrschen, angefangen vom Doppeltulloop bis hin zum Doppellotz. Und dann wird ganz intensiv im Training schon der Doppelachsel und auch schon dreifach geübt, weil die Entwicklung in der Welt so rasant vorangegangen ist, dass wir schon in den jungen Jahren mit diesen Elementen im Training beginnen. Und die Weltspitze ist für die Eiskunstläufer vom SCB bekanntlich der Maßstab. Der Verein hat Stars wie Peter Liebers, Annika Hocke oder Paul Fenz hervorgebracht. Tolle Vorbilder für die ganz Kleinen. Wie Frieda Herrmann, die mit ihren sieben Jahren hier eine der Jüngsten ist. Aber bereits ganz genau weiß, worauf es ankommt. Also Sprünge und ordentliche Ausläufe und B-Note. Also B-Note ist, wenn man Ausdruck hat. Und man darf die Piretten nicht, also wenn man eine Pirette vorne hauen hat, einfach weiterlaufen und nicht böse gucken. Zum böse Gucken gibt es für Frieda auch wenig Anlass. Sie wird am Ende Zweite. Grund zur Freude hat auch Emil Eifler. Zwar profitiert er bei seinem Turniersieg ein wenig davon, dass Vereinskamerad Bastian vor Aufregung einen Teil seiner Kür vergisst. Was aber Emils Leistung nicht schmälert. Der Achtjährige bringt eine fast fehlerlose Kür aufs Eis und hat allen Grund, auf sich stolz zu sein. Ich bin stolz, dass ich die Achsel gestanden habe. Dann bin ich noch stolz, dass Frau Heise gesagt hat, die Piretten waren toll, weil ich mag Piretten nicht so doll. Und man muss die mögen, damit man die gut kann. Vielleicht mag Emil Piretten ja in Zukunft, wo es damit so gut lief. Aber was lief denn eigentlich nicht so gut beim Strauspokal? Ja, eigentlich ist nichts schlecht gelaufen. Ein passendes Fazit für diesen 29. Strauspokal 2018, bei dem es einfach läuft.